Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Dieses Video ist ein ganz besonderes Video. Dieses Video kommt nämlich aus meinem Kurs. Und aus meinem Kurs habe ich dieses Video einfach mal rausgenommen, weil ich es einfach so gut fand und ich habe so positive Resonanz bekommen. Also, macht gerne mit. Es dauert ungefähr 10 Minuten und es kann den Körper sehr, sehr gut entspannen. Hallo und ganz herzlich willkommen zu deiner Entspannungsroutine. Schön, dass du dabei bist. Such dir gerne einen ruhigen Ort, an dem du dich die nächsten 10 bis 15 Minuten richtig schön entspannen kannst. Lüfte gerne vorher noch einmal den Raum durch und trinke vorher gerne noch einmal einen Schluck, wenn du Durst hast. Und zieh dir etwas Warmes an, dass wenn du jetzt 10 bis 15 Minuten sitzt, dass dir nicht dabei kalt wird. Und plane dir die Zeit gerne auch so lange ein. Dann lass uns auch direkt anfangen. Setz dich dafür ganz gemütlich hin, wie du magst. Dafür kannst du dich gerne auch einmal gerade hinsetzen, richte dich mal auf, mach deinen Rücken mal gerade und bleib in der Position. Du kannst entweder in den Schneidersitz, wie ich, oder du setzt dich bequem auf einen Stuhl. Du kannst dich hinten auch an einem Sofa anlehnen oder an einer Wand, ganz egal. Hauptsache, du hast es richtig schön bequem. Nimm deine Hände mal auf den Bauch und atme ganz ruhig, locker in deinem Tempo. Lass deine Atmung langsamer werden, lass sie ruhiger werden und schließe deine Augen mal. Wähle dein eigenes Tempo, aber dosiere einfach minimal die Geschwindigkeit. Fokussiere dich jetzt mehr auf deinem Bauch. Wenn du es noch nicht tust, atme mit deinem Bauch zusammen. Atme ein, deine Bauchdecke hebt sich. Atme aus, deine Bauchdecke senkt sich. Konzentriere dich auf dieses Atemmuster. Einatmen, Bauchdecke raus, ausatmen, Bauchdecke rein. Richte dich nochmal nach. Mach deine Wirbelsäule wieder lang. Und lass den Atem fließen in dir. Noch fünf, vier, drei, zwei, eins. Und löse deine Hände von deinem Bauch mal. Atme weiter ganz entspannt in deinem Tempo. Atme durch die Nase weiterhin ein. Atme durch den Mund aus. Behalte dein Atemmuster dabei. Dein Tempo. Lass deine Ausatmung, lass deine Ausatmung jetzt minimal länger werden. Einatmen, einatmen, einatmen und aus. Nochmal einatmen, lange aus. Nochmal einatmen, lange aus. Lass deine Atemmung tiefer werden. Einatmen, lange aus. Nochmal einatmen, lange aus. Nochmal einatmen, lange aus. Atme mal ganz entspannt weiter in deinem Tempo, deine Tiefe. Wir machen eine kurze Pause. Genieße deinen Körper jetzt einmal für einen Moment. Atme ganz entspannt. Letzter Atemzug. Und aus. Wir atmen so wie eben weiter. Also einatmen, lange ausatmen. Dazwischen bauen wir jetzt noch einen Stopp ein. Okay. Ich gebe den Takt vor. Einatmen. Halten. Lange aus. Einatmen. Halten. Halten. Und aus. Einatmen. Und aus. Einatmen. Halten. Und aus. Einatmen. letzten drei atemzüge einatmen halten und aus einatmen halten und aus letztes mal einatmen halten und aus legt zum schluss der nennen noch mal auf den bauch macht dich noch mal gerade richte dich auf atmen noch mal in deinem tempo ganz ruhig locker lass dein atem einfach ganz entspannt jetzt noch mal fließen und öffne deine augen wieder du hast es für heute geschafft ich hoffe ich habe dich ein wenig runter gefahren dich ein wenig entspannt und wenn dir das gefallen hat dann hoffe ich sehe ich dich in dem nächsten video wieder ich wünsche dir alles gute ein paar wundervolle tage bis dahin dein nico